so ich habe eine einmeldung hier zu verbreiten ich komme gerade von der letzte hier wie heißt das ding nun mal virulente ortschaftssitzung die wir im internet abgehalten haben also ich war gerade in meinem nebenzimmer und ich kann nur sagen die bürgermeisterin der elvira fährt eine neue offensive für die ortschaft sie hat allen mitgeteilt dass die auswertung von der letzte intelligenz test ist nicht auf besonders furchtsamen boden gefallen da war damals die frage 1000 x 1000 wie ist das ergebnis ja gut gab verschiedene rechenwege ich hatte auch teilgenommen ich will mich gar nicht ausnehmen ich hatte zwei lösungen 47.824 unter anderem 83.129 unterschiede beliefen sie schindlich mehrwertsteuer ja oder nein der traurige gewinner war ja der sohn von mein nachbar hier der mani der profi viertklässler und der bwl student ja da hatten wir schwer zu schlucken überhaupt hat nur er als einziger richtig ergebnis gehabt hat hat jetzt hier nach einer auswertung eine analoge auswertung ergeben und jetzt hatte elvira der bürgermeisterin beschlossen jetzt will sie die totale intelligenz offensiv erfahren weil ihrer meinung nach ist eine nicht geringer prozentsatz der bevölkerung mit den iku im soll und sie hat auch gesagt wie das machen will sie hat kohle locker gemacht hier und jetzt intelligenz offensiv heißt hirnsuppe auf krankenschein da hat sie jetzt hier mit der örtlichen krankenkasse ihr so gemacht leute die da bis kein defizit haben was an der waffe sozusagen die kriegen hirnsuppe auf krankenschein und in unsere kleine runde hier mordschaftsrat hat sie plötzlich angesprochen der gruben schorsch der ebater briefträger und meine wenigkeit und hat dann gemeint wir drei sind keinesfalls irgendwelche honks aber wir müssen auch der bevölkerung darlegen da der ortschaftsrat auch an einem strang zieht ja weiße gut war eine kröte geschluckt hier und ja jetzt haben wir ja oder versicherungskarte ist ihr ein kleber drauf das besagt wie ihr sagte ganz unten in dann der viraladen hirnsuppe kaufen auch krankenschein wie ich die nachricht an meinen ehefrau gesagt haben hat sie gemeint wohnt das wird allerhöchste zeit mit dich ich kann jetzt diese verbale entgleisung nicht genau nachvollziehen weil ich denke ich bin also von den intelligenzquotient der schon ein ordentliches briket und ich weiß was sache ist und gute weil der spruch bis so doof was bestimmt einen bruder kann bei mir nicht zu treffen weil ich habe einen bruder also jetzt ist also hirnsuppe angesagt kriegen wir ihn wie sagt der rumäne wenn es schön macht dann machen wir halt mit